So, und schon geht's weiter. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Kleine, kleine Pipi-Pause. Ich muss sagen, das ist unglaublich, aber trotzdem. So, also weiter geht's. Ich hab noch ein bisschen, gerade in der kleinen Pause, hab ich mir gerade so ein paar Gedanken gemacht, denn wir sind hier in der Zeit zurückgereist. Das heißt, wir haben die, ja, Rachel Ember-Informationen ja noch nicht gefunden. Sie weiß natürlich, klar, als zurückgereist ist. Wir sind nicht... Ja, wir sind in einem Bild. Wir sind in einem Bild. Ja, Max. Wir haben die Gefangenschaft nicht erlebt. Wir haben den Schmetterling am Anfang, wo es jetzt eigentlich kommen müsste, gleich irgendwann nicht erlebt. Wir haben Chloe nicht sterben sehen. Wir haben damals das im Diner nicht erlebt. Wir haben Chloe nicht im Rollstuhl, beziehungsweise im Krankenbett nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir müssen mal schauen. Wir geben mal... Wir gucken uns das jetzt immer an. Wir geben ihm mal das Foto. Blah, 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 Du kennst, wie easy es ist, jemanden zu schrauben, zu zerstören, ihre Leben zu schrauben? Bist du stolz auf dich selbst? Wenn du keine Gefühle hast, sollte du denken über deine Aktionen. Listen, ich... Ich habe nicht... Natürlich hast du. Du bist so unbezüglich, du kannst sogar nicht glücklich sein mit deinem eigenen Talent. Du musst versuchen, alles zu bringen, zu deinem Schmerz und Schmerz. Okay, ich habe nicht zu hören, zu dieser Scheiße. Wir müssen zurück in die Zukunft. Mit dem Flux-Kompensator. Das war easy. Well, ich, uh... Ich kann nicht pre-juden, aber ich bin sehr glücklich, dass du in die Zukunft entschieden hast. Das bedeutet viel zu mir. Und Blackwell. Der erste Schritt für alle Artisten ist, dass sie sich aus der Welt, in der Welt, ohne Angst zu sein. Und zu sein... Innocent. Oder schuldig. Ah... 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 Well... Thanks... For the photo. And... Maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Bla bla bla... Es ist sehr viel Rückblick. Es ist also auch nicht passiert. Das auch nicht. Oder vielleicht doch. Alles verändert sich schon wieder. Aber alles bleibt irgendwie... Okay. Bleibt doch nicht alles gleich. Mr. Jefferson wird abgeholt. Wir haben es also quasi geschafft. Und... Rachel Amber scheint gefunden zu sein. Max. Kriegt ein Schulterklopfen anscheinend. Aber Chloe ist doch tot. Nein, war sie. Sie ist bei uns. Steigen in ein Taxi. Jetzt bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt. Per West-Airplanes. Wir sind in einem Flugzeug. Wir sind auf jeden Fall hier. Ah, guck mal an. Bei dem kann es auch nicht vorbeigehen. Wir schauen mal aufs Handy. Chloe... Oh, du bist alive. Oh, du bist alive. Wir haben zwar alles geregelt, aber haben wir auch den Tornado verhindert? Und wo sind wir jetzt unterwegs hin? So, ich gehe zur Crew-Zong. Ja, viel Spaß, Bulli. Bis später. Danke, dass du da warst. Alles ist so weit weg. Und nicht zu sehen. Ich habe zu sagen, ich liebe dich, dass ich ein Artistin kenne. Everyday-Heroes. Ja. Display-Artistin. Okay. So, ähm... Hot-Dog-Man? Hot-Dog-Man? Es gibt ein... Es gibt ein Videospiel, was Hot-Dog-Man heißt? Okay. Okay, so wie es aussieht, haben wir Jefferson hinter Gitter gebracht. So, actually, on the Saints of the Tips from David Madsen, the head of the Blackwell Academy. The police offers disconnected on the bizarre underground chamber. They were used by teacher Mark Jefferson with a knife press card to truck kidnapped and photograph young women. Okay, mhm, das wissen wir ja alles schon. Of course, in the Science of the Physics of the Sex and the Asteroid victims have sent shock waves towards Acadia Bay. Even St. Prescott, the most powerful, wasboschish man, in the area is under investigation for his Okay, also wir haben auch den Darkroom gefunden. So, okay. La 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 la. Schauen wir uns mal hier ein Filmchen an. Alles klar. Der ist ja auch wie so ein Pidobär. Wow, wie cool das gemacht ist. Der Typ da hinten, der die ganze Zeit am Fummeln ist, kennte das, wenn ihr am Fliegen seid, also wenn ihr mal geflogen seid. Es gibt immer jemanden, immer jemanden, der immer oben am Rumpfummeln ist. Sei es die Lüftung, sei es die Knöpfe. Es gibt immer jemanden im Flugzeug, der immer am Rumpfummeln ist. Immer. Ne? Es gibt immer jemanden. Wie schliefst du? Ich hoffe, ich war nicht laut, Max. Nur ein bisschen. Ich weiß, ich bin genau der Typ, Herr Wels. Es ist ein schweres Wochenende, Blackwell. Also, ich hoffe, dass du mich entschuldigen. Between Mr. Jefferson und Prescott, Dinge haben sich hektisch, zu sagen. Ich verstehe das, Herr Wels. Das ist eine smarte Art von mir zu stoppen. Wir sind stolz von dir für die Blackwell-Güren-Güren-Güren. Wir sind stolz von dir für die Einwanderung im Hörger-Heroes-Kontest. Wir sind auf jeden Fall unterwegs im Kontest, so wie sich das anhört. Und wir fangen schon mal an zu bluten. Das war mal. Viele Rückblicke jetzt. Wir sind angekommen anscheinend. Am Flughafen. Ich feiere schon wieder die Musik. Zeitgeist-Gallery. Aha. Wir sind in der Fotogalerie angekommen. Everyday-Hero-Kontest. Oh, ein Säckchen. Ich bin echt gespannt, wie lange auch Episode 5 geht. Ob sie genauso lange geht, wie die anderen. Weil viel eigentlich kann ja so nicht mehr passieren. Max sieht sehr, sehr erwachsen aus. Vor allem jetzt. Nicht mehr mit dieser Fummel-Kleidung, sag ich mal. Oder so. San Francisco ist so cool. Und diese Gallerie ist groß. So ist das Buffet. Wenn ein Event skimpft auf der Essen, dann weiß ich, dass es ein schlechtes Event ist. Als lange ich nicht mehr Kaviar essen muss. Das ist dein Tag, Max. Du kannst alles, was du willst. Ich hoffe, dass du dein Status anzunehmen und mit so vielen influentierenden Menschen hier wie möglich bist. Wir können tun, was wir wollen. Ich fühle mich so wunderschön. Ich bin ein kleiner Kind, der mit den Adultern. Max, nach dieser Woche, du bist sicherlich nicht ein kleiner Kind. In fact, du bist ein Noteworthy adult, being honored von deinen Peers. Jetzt musst du anfangen, wie der Fotografer, der du willst. Wir haben also auf jeden Fall alles geändert. Alles geändert, alles ist supi. Wir sind in San Francisco in der Galerie. Und... Da steht auch Max Colfield drauf. Die offiziellen Gewinner des Every Hero Contests. Also die offiziellen Gewinner des Hero Contests. Und wir können mit unserem Direktor reden, wann immer wir wollen. Was ist ein Hero? Die Zeitgeist Gallery ist proud to be practical in 2013. Every Hero's National Contest shows a case for todays future Stars of Photography. The winners chosen by Pristicoise, teachers from art schools and programs across the nation, reveal image-tief skills and hilfest onceness, which highlights a causal hisosim of views who may never appear on the news or reality shows for undercognized deeds to community and beyond, celebrating each young artist and their work is important, a celebration of all all to often invisible every day heroes. Also hier werden also alle geehrt, die bei diesem Hero Contest mitgemacht haben, die was besonderes beim Foto geleist haben, soweit wie ich das richtig lese. Ja, 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 ja. Und, ähm, ja, wir schauen uns mal ein wenig um. Oh, Mann! Das können wir nicht lesen. Also ich weiß ja nicht, wie Max darüber ist. Max ist jetzt wahrscheinlich total happy und ja, alle sind da, Chloe ist noch da und wir haben Mr. Jefferson hinter Gitter gebracht, aber denkt sie nicht darüber nach, über ihren Tornado? Also ich weiß nicht, also irgendwie Auswirkungen wird das wahrscheinlich noch total haben. Oh, keine Ahnung. Guck mal, das ist ein Doktor. Was macht der denn da? Okay, ein Bild mit einem kleinen Mädchen und einem Soldaten. Sehr interessant. Was ist das? Auch ein Krankenhaus jemand, okay. Was? Gute Frage. Laut Google gibt es die aber tatsächlich. Das kann gut sein, dass es die in San Francisco wirklich gibt, ja. Hier, voll gestresste Krankenschwester. Auch ein schönes Foto. Das zeigt ein bisschen was aus dem Leben, weil die haben es auch nicht leicht. Na. Das sind alles Hero-Pictures, Helden-Fotos. Der Hund, der einem Rollstuhlfahrer hilft. Der arme Hund. Wenn ich das richtig erkenne. Ein Feuerwehrmann, der ja... Eine Katze rettet? Und unser Bild ist anscheinend auch hier. Ein Baby wird geboren mit ihrer Mutter oder mit seiner Mutter. Ein Vater mit seinem Sohn. Wir quatschen mal den Mann an. Mann. Wir quatschen den... Hallo? Hallo? Mann. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure and I just wanted to let you know, how cool your entry was. Okay, er hat unser Bild gesehen und er kann sich gar nicht vorstellen, wie cool es ist. Ah, komm mal. Me too. Makes you want to go... Oh, Entschuldigung. Hi, and there she is to save the day. Hi. Voll die Nerds. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. What's that? What's... What's... Hab ich gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Cool. Oh, nein. Ist doch nicht alles so gut. Ja. Wir haben einen Scheiß gefixt. Wir müssen unbedingt zurück. Ich würde sagen, wir... Oha. Huch. Wir müssen uns ein bisschen... Nein, 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 nein. Oha, nein, nein. Oha. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Wir müssen unbedingt mit unserem Direktor reden. Also, dass wir zurück müssen, aber so schnell wie möglich. Äh, kann ich nicht? Hallo? Äh. Der nimmt sich gerade ein paar... Häppchen am Buffet? Ähm. Wir müssen unbedingt zurück. Wir, wir, ähm... Wir müssen Chloe retten. Wir müssen... Wir müssen jeden retten. Ah ja, diese Links-Poster. Wir müssen unbedingt Chloe und... Wie die gucken, ne? Ach, jetzt steh ich hier an so'n Schalter. Hm. Toll. Ich werd total unterbezahlt. So. Wieder zurück. Kann ich verlassen? Ne. Hä? Warte mal. Was haben wir denn hier? No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Ja, natürlich. I have to save her. I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was so shock. Kann es sein, dass wir durch das Bild vielleicht zurückkommen? Auch ein schönes Bild. Ah, und die Liebe zwischen zwei Frauen. Ja. Was haben wir hier? Eine Beerdigung eines Soldaten. Eine Freundin. Oder zwei Schwestern. Die eine sitzt im Rollstuhl. Verdammt, wir müssen irgendwie... ...zurückkommen. Hey, Kuchen. Ja. Ja, ist ja gut. Es ist so... Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Leider. Gottes Namen. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit für irgendwas. Nervt mich nicht. Hallo? Hallo? Oh, Jormach ist... Boah. Alter. Alter. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Mann, ich will zurück ins Foto. Hallo? Mann. Alter. Mach mal in der nächsten Folge auf YouTube. Also. Also. chili нужно hier. Ich habe keine Zeit für mich, Ich bin herzlich willkommen ja. HüNals. quoted. Kommann. You.